und einen wunderschönen guten tag 29 runde wir haben letztens einen kriecher gezettelt und machen weiter nicht angriff mit den amazonen für die glöre wer braucht wer braucht die Menschen verdienen die Wahrheit die Wahrheit die Wahrheit und die glöre und die glöre und die Wahrheit und die Wahrheit und die Wahrheit das kann ein bisschen interessanter werden ich glaube da tue ich auch kämpfen Städtchen oje wir sind hier überhaupt hier sind sie richtig dicke Schilder so die kommen auf die 1 die kommen auf die 2 die 3 die kommt auf die 3 die 3 kommt auf die 4 die 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 Ich könnte es so machen, das würde ich angreifen, hier und rechts, das war zu viel Aufwand für mich. Wo muss ich jetzt sein? Das war's für heute. 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 Und das war's für heute. Das war's für heute. I will quail! The men are fleeing battle! Javelin, halt! Form up! Go at them! Huh? Awaiting orders! Don't hold back! Swords! Agamemnon! Huh? Take out! Ah, wow! Verlustreich! ich glaube da war automatisch tausendmal besser gewesen als das was ich produziert habe ich glaube wirklich das war ein falscher vorgang was ich machte einer eurer einheiten hat keine munition mehr bald gehört der siegpunkt des feindes der feind hat einen siegpunkt verloren auch ja wie viel verlust du die helft und immer gerne wenn du tipps habt was ich verbessern kann immer her damit immer her damit bin für jeden tipp dankbar ich geh doch jetzt mal ja 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 das auch ja das Das sollte eine gute Diskussion sein. Ahoi Brause. Die Stadt. Achso, ja. Die Produktion nicht, weil... ...verfügt man schon so was. Kann ich dann abbreißen, ja. Abbreißen. Wow. ...dich weiß ich noch auch. Ah, mein... ...zuverlässiger Vassaler. Ah. Ah. Ah, ich geb auch nicht mal Stein. Oh. 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 Was ist das? Oh. Ich werde schon noch was machen. Oh johle. Oh. Is schon auch nicht was wird, junge. Kann ich mir das leisten, ja. warum ist denn das jetzt auch so was passiert ist ich glaube ich tue noch ich wollte noch ein Dings rekrutieren neuer ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht das ist Bitte nicht die Stadt erobern. Oh, was willst du denn? Du, willst meine Spion abmoksen? Verderben. Einmaliger Tausch mit Knossos. Tausendnahrung. Ne, danke. Eine Eliteeinert rekrutieren. Fehle schlafen. Irgendwann. Bewegungsschwindigkeit oder Erfolgsschwindigkeit. Gehraubt, ich schätze nach einer Schlacht. Du, es kostet eine Armee. Oh mein Gott. So. So, so. 12% mehr. Der nächste Reise wird dein Karin's Ferry. Ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht tun. Präzision. So. Gunst. Gunst. Das hier. So, okay. Achso, Anhängerin. Apollon. Ares. Kein Zeus. Nein. Mach' auch was. So. Oh. 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 Fraktion vernichtet. holen ein Krieg mit den Adlerfreunden beide Fraktionen 2 2 3 4 5 5 6 5 4 5 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 6 5 5 6 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 19 20 19 Die sind bedrohlich Aber auch Krieg mit fast jeden Wollte ich die mal ein bisschen abfacken werden 8 2 20 20 20 Stadtdornen Nein, nein. Ja, die waren jetzt hier ein bisschen... Ah, ja, und ich habe rechts die eigenen Fraktionen. Das ist jetzt nicht gut gewesen. Oh, ein bisschen schneller, ja. Oh, nice run. Viel schlau. Oh. Ich habe sie jetzt abgemurkst. Geil. Wie heißen die Fraktionen, ja. Athen, ja. Ja. Wir müssen auch hier rüber. Kunst erheben. Von Zeus. Ja. Ja. Aus Zufriedenheit, ja. Flüsterung, Wachstum und Garnision. So, Anlasswörter. Ich will's. Lass mal die Standortsachen. Ich hab's auch noch aufs Schnellste. Oh. Er hat nur den Klich erklärt. Die gerade jetzt einen gemeinsamen militärischen Zugang gemacht haben, anscheinend. Weil wir treten in drei Provinzen rein. Und bei der Klingel. 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 Der Klingel. Lass meine Schmerzen zu bewaren. Der schlichte Sektor. Der mightige Sektor. Ich kann mich nicht zerstören. 4 als Beispiel also wie weiter jetzt laufen um zu um ja was ist das denn? leichte Schaltkämpfer Bogendreher ich muss mal ja ach so macht schon plus 5 ich will die Gäste für die勝re wie weit hier das hier hin war ich will bei denen habe ich ein bisschen Respekt weil er da ein starker Rang ein bisschen höher ist und da könnte so ganz schon viele Einheiten haben nicht mehr ich will die Gäste für die Gäste nicht mehr ich glaube die haben den Gäste ich will die Gäste ich will die Gäste obwohl bei mir die Pentler auch auf Rangreisen das ist eine schöne Höhe immer hinter in der Mitte kommt der Held so kann es erstmal bleiben so Lethal at rain! Boas, beware! Make them better! Masters of war! Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Der Feind wird angegriffen! Der Feind wird angegriffen! Let the carnage begin! Show me blood! Agamemnon! I judge you to be a traitor! Show me your name! Hold out! Awaiting orders! Masters of war! Not in war! Your name will be forgotten! Awaiting orders! Words don't win war! Fords beware! Die Krieger wurden in die Flucht gestragen. Die Krieger wurden in die Flucht gestalten. 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 Die Krieger wurde in die Flucht gestalten. Für die Krieg! Got them! Trains are ready! Spions! Attack! Go at them! Let's see blood! Folks, we win! Let's see blood! Der Sieg ist zum Greifen! Das war schwierig, obwohl die eine richtige Übermacht hatten, habe ich es trotzdem geschafft. Ich glaube auch, die Bogenschützen hätte ich die nicht irgendwann anbegriffen getroffen. Aber da wären wir weg gewesen vom Fenster. Und bei den Held. Ordentlich richtig viele Verluste, aber keine Einheit. Meine Startdreher haben 133 getötet, ey. Wie geht der? Also, was von nice move? Was? Hast du was? No! Echt mal! Auffällig! Na, warum machte ich in der Stadt? Da war ich hier nochmal etwas. Nein, knapp das! Jetzt nicht! Mystische Einheit wird rekrutiert, wenn ich 150 Gunst ein Gotteinheit habe. Knapper sich das Wort die Knapper sich das müssen wir jetzt machen jetzt die 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 komisch frage mich mit dem dritten die durch den Krieg Klinger Agamemnon für Glorie Shepard ist die Leute der Leiter von Mycenae hier ist Dio der bestimmt nur das Leben errettet ach so ich brauche das jetzt nicht mal oh ich habe hier so viel das Netz voll ich könnte eigentlich mal das dann ja noch in den Formen weißer Lande Provinz hier könnte ich ihre die Post und noch ein Krieg Steuern 57 bin ich 0 bin ich auf einmal so schwach das ist das 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 noch eine Runde noch eine Runde noch eine Runde noch Oh, was ist denn da ein Typ hier zu nehmen, ja. Oh, ein bisschen Unruh stiften, ja. Schaden an alle Einheiten, die durch Gift... ...Erfolgschancen auf... ...Fitschancen, ja, ja, ja. Brutale Centaurenkrieger kann ich machen, sehe ich gerade. Schwere Calibri. Haben gute Moral, Schild und Störmer. Wo kann ich die auf einmal machen? Versteckt vor, sagt Angst. Kann das sein? Ja, ich weiß nicht. Ups, da. das was erstmal mit der folge schon über 46 minuten und wenn euch das gefallen hat gebt ein like wenn ihr verbesserungsvorschläge hat ein kommentar oder wenn du nicht verpassen wollt einen abo da lassen dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen abend bis deiner